Phantomkrieger, okay. Einfach nur ein Phantomkrieger. Okay, Goldstücke. Und die Stadt da oben macht uns ein Angebot. Oh. Jetzt bolzen sie unsere Fernkämpfer um. Oh. Kill whom? Well, we don't know. Well, we don't know. Catch this. We're almost there. Aim. Okay, wir haben Kämpfer verloren. Good. In the same way. Müssen wir mal alles aufheben, was wir da verloren haben? Die Gemeinheit, die wir können... Achso, der verzauberte Haien, okay. Den können wir lustigerweise anwählen. You're a dead man. We're almost there. Aha. We're almost there. Well, we don't know. Aha. Gold und die nächste Schriftrolle. So, das heißt, erst mal weg hier. So, Heiltränke zur Heilung. Gut. Und das hier wird wohl Thilea sein. Die brauchen was aus der Wolfsgrube. Die sind neutral, verkaufen aber Meisterbogenschützen und Meisterkrieger. Ja, das könnte ich mir gefallen lassen. Und sprecht mit den Elfen. Aha. Ja, und hier hoch zu Skates geht's dann... ...weiter. We're almost there. Okay, sprechen wir mal mit den Elfen. We elves are suffering in these hard times. Yesterday, we were robbed. Did they steal anything valuable? They stole one artifact in particular that we want back. I'm sure it was the brigands. We followed the trail to their camp. They must have hidden the stolen goods someplace else, because we failed to find anything. We'd be grateful, if you find any clues at all. I'll try to help you. Okay. Findet heraus, wer das Elfenartefakt gestohlen hat. Aus der Elfen-Sino wurde ein wertvolles Artefakt gestohlen. Sie hatten die Briganten in Verdacht und gingen in der Lager, um es dort zu suchen. Konnten es aber nicht finden. Das heißt, wenn wir zum Brigantenlager gehen und die mal fragen, haben sie uns nichts zu sagen. Okay. So, jetzt brauchen wir aber erstmal Meisterkrieger. Greetings, Travelers. Greetings, friend Elf. Oh, das ist... What are you doing in the Enchanted Valley? We are looking for an old artifact. Then you must go to the dwarf treasury. That's where all the artifacts are stored. The door to the treasury was sealed by the last cleric of the dwarves. Look for clues by opening it when you get there. Okay. Das heißt, wir haben jetzt Meisterkrieger. Die kriegen das Super-Titanschwert. Die kriegen... Die beiden Sachen. Dann geben wir auch mal das alles ab. So, und auch wenn es mich schmerzt, euch so lange zu haben, sind zwei einfach zu wenig. Wir holen uns unseren Meisterbogen schützen. Fall in! So, sammelt bitte die Sachen noch auf, die ich da jetzt aus Versehen getroppt hab. So, und dann gucken wir mal, mit was wir hier handeln können. Erstmal in der Wissensschriftrolle. Die nehmen wir gern. Widerstand brauchen wir keinen. Allerdings würden wir gerne Zeug verkaufen, wie Nahrung. Fall in! Du hast nichts. Und hier steht alle nicht nah genug dran. Dein Urteil ist klar. Es ist wichtig, nicht einen Sound zu machen. So. Ja, Nahrung verkaufen. Nahrung und Holz verkaufen. Die sind schon auf drei, also werden sie nichts zum Wachsen brauchen. Die Sachen brauchen wir noch, Alter. Die Schriftrolle haben wir gerade erst gekauft. So. Turm mit geheimnisvollen Inschriften. Quelle des Magiestroms. Ja, dann gehen wir erst mal hier entlang. Oh, und da ist jemand zum Reden. Hallo, verehrte Geheimnisvolle. Ihr kamen nur, wenn ich Hilfe brauche. Ich bin Angst, dass wir nicht Zeit haben, um dir zu helfen. Ich kann nicht glauben, unsere Glück. Dieser Mann weiß, wie man das Natur-Altar aktivieren kann. Lass uns ihm gut sein. Was willst du uns tun? Mein Garten ist durch die Unmähnungen. Sie haben mich aus meinem Raum gebracht. Ich will meinen schönen Garten zurück. Es wird nicht zu schwer sein. Okay. Der Garten ist da oben, so wie ich das sehe. Ja, hier ist der Garten. Also gehen wir erst mal hier hin, dann gehen wir da oben hin, soweit wir kommen, und gucken mal, was wir da so finden. Ist auf jeden Fall gut, wieder eine richtige Armee zu haben. Two swords means double damage. Das ist auch gut. So, ein paar Steinchen. Also ja, wenn wir da rein wollen, um an die Sphäre zu kommen, müssen wir erst das Tor öffnen. Ja, und das sind wohl die Götzen. Jetzt gucken wir aber erst mal, hier sind Phantomkrieger, weil hier eine Phantomhöhle ist. Also große Geister. Also, So, Phantomkrieger erstmal wegmachen. So, wir haben das Schwert eines Phantomkriegers erhalten. Das gehen wir auch mal so. So, wir haben Goldmünzen gefunden. Okay, dann muss ich Soro Garn direkt in die Nähe schicken wahrscheinlich. Hm. Möchtet ihr die erste Schriftdose lesen? Ja. Möchtet ihr die zweite? Ja. Ja, und auch die dritte. Das Tor ist offen. Lass die Schatzkammer erkunden. Studiert sich die Rennschriften auf dem Turm. Ihr könnt die folgende Aufgabe nicht beenden. Die Zeichen auf dem Turm werden uns verraten, wie man an den Schatz der Zwerge kommt. Oh. Egal. Äh, Monster. Hm. Hi, Jungs. Die kommen nicht durch. Die kommen da nicht raus. Wie nett. Die können ich jetzt einfach abknallen. As you please. No one will escape. Aim for the head. So. As you please. It's important not to make a sound. So. Your order is clear. Okay. Ja, irgendwie schaffen sie es alle durch das Tor, nach und nach. As you please. Hat Zorga die Schriftrollen noch? Nein, dann nimmt er jetzt, äh, die Akantores-Sphäre. It's the legendary Akantores-Sphäre. With its help, we can collect and store energy for the Rite. How does it work? It draws energy from the node and stores it inside. You must be very careful when drawing energy, or you may exhaust the node. Okay. Your order is clear. Ah, der steht jetzt wieder da hinten. Okay. Dann sind wir hier soweit fertig. Wo bringt uns das hin? Ist das ein Teleporter? It's important not to make a sound. Ha. Kommst du da ran? Ist die gute Frage. Nein. Nicht mal mein Geist kommt da ran? Okay. As you please. Oh, vielleicht, wenn ich ihn hiermit verzauberne? Nein. Wäre zu einfach gewesen. Siell hier nichts. Ich weiß das William nicht. Ich weiß das, das ist ja- Vielen Dank.